Liebe Freunde, heute ist ein großer Tag, weil heute möchte ich euch zeigen, wie das Gitarrenspiel in die Haushalte kommt. In konkreten Beispielen, liebe Freunde, und zwar drei habe ich herausgesucht, wie singen, singen und essen. Also, kommen wir zum ersten Beispiel. Da sieht man ein schönes Wohnzimmer von einer lieben Freundin. Das ist ja unglaublich schön. Aber, was sieht man noch am Eck? Da sieht man die Gitarre Pronto. Pronto zum Spiel, liebe Freunde, das gibt es ja gar nicht. Ich bin so froh. Und das zweite Beispiel kommt aus Meran von der wunderbaren Silvia. Sie schreibt da, na, na, all das digitale Zeug, wenn das Spiel ist, ist er live vor. Das heißt, sie will auf die Bühne, sie will live performen, liebe Freundinnen. Das gibt es ja gar nicht so viel Freude, nicht? Und unterstreicht das Ganze mit einem kraftvollen Sakra. Das heißt, das ist ja fast unglaublich, liebe Freundinnen. Das ist so schön für mich zu sehen. Und dann ganz am Schluss, ein Wahnsinn, sehen wir den Unterschied von der lieben Sandra aus Milan. Und dann im zweiten Video, schaut einmal gut hin, was da für Fortschritte da sind, liebe Freundinnen. Und ich das nicht einschätzen kann. Und selbstverständlich, das ist alles kompliziert, geschweige denn, wenn ich dann noch mitsinge, ist es verlaut. Ja, natürlich kann man am Anfang nicht alles verlangen. Üben und das Singen kommt dann automatisch, liebe Sandra, das geht alles. Es tut sich total auszahlen, hier diesen Kurs zu machen und die vorweihnachtliche und aber auch weihnachtliche Zeit dann im Haushalt mit allen seinen lieben Menschen zu verbringen und zu singen, zu musizieren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, innen. Deswegen einen schönen Tag noch. Es wird ja so schön, heute gehe ich noch hinaus in den Wald spazieren. Es wird ja so schön, heute gehe ich noch.